37. Wach auf, Lielan. Als eine tiefe Stimme an ihr Ohr drang, riss Leila die Augen auf und setzte sich aufrecht auf ihren Stuhl, sodass sie Xor direkt ins Gesicht sah. 38. Du lebst, rief sie. Doch dann bemerkte sie all die Drähte und den Infusionsschlauch, der an ihm herab ins Leere hing. 39. Wieso bist du nicht im Bett? Psst, machte er. Komm mit. 40. Was? Wir gehen. Aber... Er nickte und richtete sich auf. Er war an mehreren Stellen bandagiert, trug Krankenhauswäsche und war blass wie ein Geist. Doch sein Blick sagte ihr, dass er nicht auf ihre Einwände hören würde. Sie würden wirklich gehen. 40. Wohin? Fragte sie und stand auf. 41. Zur Ranch. Draußen wartet schon ein Wagen. 41. Aber solltest du nicht in Reichweite der Ärzte bleiben? 42. Ich will einfach nur mit dir allein sein. Du bist alles, was ich brauche. Als er auf sie herabblickte, wurde sie von einem tiefen Gefühl der Liebe durchströmt. 42. Ich kann nicht glauben, dass du lebst. 43. Allein wegen dir. 43. Kurz flackerte die Erinnerung in ihrem Kopf auf, wie sie ihn zusammen mit Thor durch Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbelebt hatte. 43. Der Gedanke verschlug ihr die Sprache. 44. Doch er hinderte sie nicht daran, unter Xors Arm hindurch zu schlüpfen, ihn zu stützen und zur Tür zu führen. 45. Der Gang war leer, bis auf einen Doggen mit Wischmopp und Eimer. 45. Er wischte die letzten Reste Blut auf, das an die Verletzten erinnerte. 45. Wo sind deine Männer? 45. Fragte sie, als sie zur Tiefgarage gingen. 46. Wie lange habe ich geschlafen? 47. Stunden, Lelan. 47. Alle wurden behandelt und entlassen. 48. In Kürze dämmert der Morgen. 49. Werden sie sich erholen? 49. Ja, alle und auch alle Brüder. 49. Die Ärzte hier sind fantastisch. 50. Ja, gelobt sei Les. 50. Sie unterbrach sich. 51. Gelobt sei der Schleier. 51. Das Schicksal. Alles. 52. Da bemerkte sie, dass jemand am Ende des Ganges vor der Tür zur Tiefgarage stand. 53. Es war Thor, wie sie erkannte, als sie näher kam. 53. Sie blieben vor dem Bruder stehen. 53. Und die beiden Krieger sahen einander an. 54. Jetzt war die Ähnlichkeit ganz deutlich zu sehen. 54. Sie waren gleich groß, gleich gebaut, hatten das gleiche Kinn und diese Augen. 55. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. 56. Damals in der Gasse, sagte Thor heiser. 56. Und danke, dass du meines gerettet hast. 56. Gerade eben auf dem Operationstisch, antwortete Xor. 57. Die beiden lächelten. Dann wurden sie wieder ernst. 57. Da überzog Leila ein kalter Schauer, der sich verstärkte, als Xor sich von ihr löste und seinen Bruder an seine Brust zog. 58. Während sich die beiden umarmten, erkannte sie entsetzt. 59. Das war das Ende. 59. Das hier war ihr letzter Tag mit Xor. 60. Deswegen war er so wild darauf, die Klinik zu verlassen. 61. Deswegen half Thor ihn. 61. Deswegen sah er sie so mitfühlend an, als er sich von seinem Bruder löste. 62. Er hielt ihnen die Tür zur Garage auf und trat beiseite. 62. Niemand sprach, als sie und Xor auf den ziemlich ramponierten Mercedes zugingen. 63. Selbst Fritz war ernst, als er ausstieg und um den Wagen herum kam, um ihnen die Tür zu öffnen. 63. Leila duckte sich in den Fond und rutschte rüber. 64. Dann folgte Xor und Fritz schloss die Tür. 64. Xor ließ das verdunkelte Fenster neben sich runter. 64. Und hob die Dolchhand zum Abschied, während Fritz den ersten Gang einlegte. 64. Und Thor erwiderte den Gruß, als sie losfuhren. 64. Der Abschied war so endgültig, wie die Tinte in den Büchern im Heiligtum. 64. Es muss nicht so sein, schrie sie innerlich. 64. Wir finden eine andere Lösung. 64. Irgendwie können wir... 64. Aber sie wusste, dass sie eine verlorene Schlacht kämpfte. 65. Ihr Schicksal war in der Nacht besiegelt worden, als Xor sich dem König gebeugt und ihm versprochen hatte, ins alte Land zurückzukehren. 65. Sie sah auf ihre Hände, weil sie ihm nicht in die Augen blicken konnte, und flüsterte, 65. Man erzählt, du warst sehr tapfer. 66. Ganz und gar nicht. 67. Thor hat das gesagt. 67. Er will mir nur schmeicheln. 68. Aber eines kann ich sagen. 69. Meine Männer haben ehrenvoll gekämpft. 69. Ohne sie wäre die Bruderschaft verloren gewesen. 69. Das kann ich mit Gewissheit sagen. 69. Sie nickte und merkte, dass sie auf ihrer Lippe rumkauter. 69. Leila, flüsterte er. 69. Verbirg deinen Blick nicht vor mir. 69. Wenn ich dich ansehe, werde ich weinen. 70. Dann erlaube mir, stark für dich zu sein, wenn du dich schwach fühlst. 70. Komm her. 70. Trotz seiner Verletzungen zog er sie auf seinen Schoß und schloss die Arme um sie. 70. Dann küßte er sie aufs Schlüsselbein. 71. Auf den Hals. 71. Auf die Lippen. 71. Die vertraute Hitze flammte in ihr auf. 71. Und als er sie auf seine Hüften zog, setzte sie sich rittlings auf ihn 72. Und war froh um die Trennwand zwischen ihnen und dem Pfarrer. 72. Umständlich zog sie ein Bein ihrer Leggings runter und schob ihren Slip zur Seite, während er sein Klinikhemd hochzog. 73. Ich werde ganz vorsichtig sein, sagte sie, als er das Gesicht vor Schmerz verzog. 74. Ich werde nichts fühlen außer dir. 74. Xor richtete seine Erektion mit der Hand auf und sie senkte sich langsam auf sie. 75. Laila, hauchte er, als sein Kopf in den Nacken fiel und er die Augen schloss. 76. Durch dich bin ich endlich vollständig. 76. Mit schmerzlicher Behutsamkeit glitten seine Hände unter ihr Schirt und umfassten ihre Brüste. 77. Und sie wiegte die Hüften in einem sanften Rhythmus, legte die Arme um die Nackenstütze und küßte ihn. 77. Während der Mercedes immer wieder an den Toren anhielt, schwappte ein süßer, trauriger Orgasmus über sie hinweg und trug ihr Herz mit sich fort. 77. Es fühlte sich an, als wäre ihr Leben zu Ende, obwohl es gerade erst richtig begonnen hatte. 78. Vielen Dank.